ich komme zu einem video ja ich hatte gerade eigentlich schon aufnahme gemacht aber dann festgestellt ich hatte mich gemutet und ja heute jetzt das erste mal mit dem panzer 4 f2 ich hoffe ich habe mich nicht gemutet nein habe ich nicht sehr gut und ja es ist jetzt was eingebaut drin aber nur folgen nur ersatzteile sonst eigentlich nichts darf ich alles hier von vorne sagen schreibt mal in die kommentare was hier bei dem panzer für eine was die beste monier ist ob es jetzt die panzer 38 gott ist hier gespawnt ob es die panzergranate 39 ist ob heat ist ich weiß es nicht und zweitens ich wollte jetzt neues display starten und zwar sehe ich gerade bei vielen die spielen sie oft tiefs oder andere piraten spieler dass ich mir kommen ich habe assassin's creed black vielleicht das ist auch so kriegs also so piraten zeit ob ich das dann ich wollte es ja sehen und das play mal dass wir dann die kampagne durchspielen und bisschen spaß haben im einzig spieler natürlich also multiplayer habe ich mir heute noch nie gespielt einzig spieler schon habe ich noch nie die kampagne durchbekommen weil ich immer anderen was anderes gemacht habe und zwar die sprachen ja töten oder was sie oder waren sie engländer auch keine ahnung so aber jetzt genug jetzt jetzt kriege ich mich jetzt mal auf die runde hier oh das schöne knickszieger der haar müsste es sein so hier ja der hat jetzt nicht das haus getroffen oder die scheiß schwachstelle des verkackten panzer 4 und panzer 3 genauso immer die gleiche schwachstelle schön vorne die front platine das möchte die panther haben der die mindestens nicht die hier geht es aber ist auch schon schlimm k 3 seitlich der Schiha die Schihe 2 Prozent komplett seit Alter, was für ein ekliger Geht aufgeschützt. Hallo, Helfen wir auch, ihr. Hallo, das sieht cool aus von dem 8.8 Flak. Nachladen, hallo. Alter, hinterm kackten Ich habe mich nicht gemütet, sonst würde ich das gerne auch wieder löschen Hinter diesen verkackten Dings und er schießt ja die ganze Zeit auf Geil, tut auch 150% Booster Es hat so viel Spaß gemacht Ja, schön ob ein neues Probierbild Sperrfeuer Filter Achso, ich habe Minus 19% Kann nicht auf dem Marktpläser kauft werden, gegenstatt nach 7. Juli Davon habe ich auf dem PC auf der Playstation habe ich mir das Paket mir geholt Den hier Die gibt es jetzt hier 30 Ui Habe ich mir den hier geholt Und dadurch hatte ich ja den Dings Und habe mir dann noch mal Den hier geholt Für wenig Geld Für wenig Geld Weil minus 90% Das ist schon geil Und ja Manche Partei gibt es ja gar nicht Den hier gibt es ja nicht Den glaube ich auch nicht Zum Beispiel Die Deutschen gibt es ja auch nicht Den hier Oder den Oder den Oder den Oder den Oder den Naja weiter geht's Nicht lang rum Nicht lang reden Sondern ab ins Gefecht So Ey eine Lieblings Eine meiner Lieblingskarten Ich glaube ich war das So So Oben So Ja Das ist meine Lieblingskarte In R3 Oh Hier gibt es Schön So viele Schön Schöne Steine Wo man hinterstehen kann Und einfach Rüberschießen kann So Bleibt man hier stehen Und jetzt wartet man Bis die hier da Alter wie hoch muss ich denn zielen Come on Das ist doch nicht mehr normal Soll ich gleich bis Ins Himalaya schießen Oder wie Das ist schon lange Sind nicht mehr normal Der trifft du fort Schien nur zwei Nee Soll ich gleich schon Runde verlassen Ich sehe schon Der Panzer 4F2 Bringt kein Glück Ja komm Baller jetzt schon Darf ich bitte stehen bleiben Treffer Null Damage Scheiß M10 Nee Jetzt kommt auch bitte Ja Oh Der schubbel ist Ich schubbel Ist er tot? Jetzt hat er Angst Jetzt fährt er weg Ich bekomme Mein Turm nicht so weit runter Ich wollte mich da verarschen Oder mein Geschütz Er gesagt Oh Name X Oh nein Irgendwo ist hier ein Chinoo Die Flak Und hat den Arme X Weckgeballert Diese Flakke So OP Du wirst hier nicht Nochmal unsichtbar Ich werde jetzt hier reinfahren Und da ist was Hier ist auch noch irgendwas Drüben da weiß ich Da ist Irgendso ein Der Chinoo wahrscheinlich Gute Bombe Ich sehe hier halt Null Alter Ja 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 Von wo Ey Das habe ich auch langsam verdient Nicht durchschlagen Nicht durchschlagen Nicht durchschlagen Komm Ja Nein Alter Nicht durchschlagen Nicht durchschlagen Nach 13 Minuten Zwei Runden schon Alter Sieg in der Mission Feuerherrschaft Berlin Wir haben sogar gewonnen Ich glaube das dauert Ein bisschen Bis wir Okay 7000 Finden uns nur noch Dann haben wir schon Panzer 3M Danach nehmen wir Den Panzer 4G Ja Und dann den Panzer 4A Dings Und dann gehen wir schon Auf den Tiger Und so Zu Okay Erstmal dann noch Die Jagd Die Jagdhüger Reihe Davor erstmal noch Auf jeden Fall Muss ich hier Den Panzer 3J1 Beinfern Nein Bitte nicht Oh Mann Ey Leute Hab ich doch nicht Einfach Es sieht Dass ich da längst Aber nein Natürlich Muss er mich Weckrauben M4A4 Jetzt schon M4A4 Auch wenn jetzt glaube ich Der chinesische Französische Mopant Ein Mopant Ach schnell als er Das gefahren Ungewehr Ballert Hier schon wieder Mitten im Knie Mit seinem Panzer 4G Ey Kein Durchschlag Alter Könnt ihr mal aufhören Auf mein Gebrüche Gehen Danke Wollt ihr mir bitte helfen Wie du Kann leider keine Reperture Anforderungen machen Jo Oberst Ruhig zu weit vor Moin moin Könnt ihr Schreie Mach Was ist Hö Dos Er Rot Ö 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 pomp Alter. Treffer. Kein Damage. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, Glück gehabt. Oh. Es ist doch lächerlich. Der Panzer 3, ey. Der Panzer 4, 2. Den will ich nicht mehr haben. Mh. Einfach traurig. Nur Abpraller. Nur Abpraller, ey. Okay, ich hab zweimal rüber geschossen, aber trotzdem. Hält nix aus. Kann austeilen, wenn er mal, wenn ich mal treffen würde. Würde ich nicht nur abprallen. Und sonst, ja. Dann hat er keine Vorteile. Ist ja ein KV1, man nennt sich tot. Gut. Endlich. Ja. Ja. Hab ein Kill. Und zwar einen, den man eigentlich fast gar nicht mehr sehen kann. Ein Panzer. Oh, gut. Au. Danke. Für die Bombe. Kann ich mir danach noch einen holen? Nein. Für 120 Punkte. Okay. Ich glaub, die Stadt wird etwas gebombt. Bitte mein... Nee, ich wollte grad schon sagen, ich hab mich hier gemütet, aber... Nee, hab ich nicht. Schafft ihr es da, den Medium zu zerstören? Ich hab mich hier gemütet. Habt ihr ihn, danke. Öh. Bitte nicht gleich mein Getriebe wieder rausballern. Danke. Das wäre nett. Oh mein, da kommt noch zwei. Oh, nein. Oh. 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 Ich glaube, ich belasse es bei 21 Minuten. Der Panzer... Was hat denn jetzt schon wieder das Virusprogramm? Meine... Ach ne, weg da. Weg da, weg da. Es soll nicht sein. Oh, hier habe ich schon erforscht. Es soll nicht sein. Ich würde es euch ersparen. Der Panzer 4-2, irgendwie wäre ich mit dem nicht so dicker. Das war es jetzt erstmal für die Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.